Schaue das Video, bevor es gelöscht wird. Wir werden in absehbarer Zeit weitere Bankenzusammenbrüche erleben. Ich werde in meinem Beitrag jetzt auf das in meinen Augen zentrale Thema des aktuellen Zyklus eingehen, nämlich die Einführung eines neuen Geldsystems. Wir lernen hier wieder, meine Süßen. Schön aufpassen. Es laufen außerdem länderübergreifende Projekte, wie zum Beispiel zwischen Israel, Hongkong und der BIZ. Israel und Hongkong? Dann werden sie unser Leben von Grund auf verändern. Warum das so ist, will ich jetzt in fünf einzelnen Schritten genau erklären. Okay, ich bin gespannt, mein Jutztag. Und die Errichtung einer Diktatur, die wirkungsvoller sein wird als alles, was die Welt bisher gesehen hat. Man hat uns doch schon langsam darauf vorbereitet, man. Corona, QR-Code scannen. Du darfst nur noch das machen, wenn du dies machst. Wie die Leute bereit sind, wirklich alles aufzugeben, was Freiheit angeht, damit sie in der Gruppe teilnehmen dürfen. So. Wir sind out of control, Sommernacht, heute am Block und wir hustlen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Sweet, was ich paff, macht mich wieder zu stunk. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Leon Love Vlog Highlights. Ich küsse euer Herz. Liebe geht raus. One Love. Love Gang ist mal wieder online. Ihr seht's hier oben. Herzen sind im Chat. Kommt gerne mal auf Twitch mit vorbei. Link unten natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und zwar werden wir uns jetzt ein Video reinziehen, welches heißt. Schaue das Video, bevor es gelöscht wird. Ausrufezeichen. In Klammern wichtig. Es ist ein Talk, ein Interview von Kettner Edelmetalle. Mal wieder mit Ernst Wolf. Und ich hab mir gedacht, da lass ich mich natürlich nicht lumpen. Die Wolfi-Vibes sind immer am Start. Ich mag den Ernst Wolf. Und deswegen werden wir auch auf den Talk wieder reagieren. Liebe geht raus. Grüße gehen raus. An alle auf YouTube. Macht mir einen Gefallen. Support den Kanal hier. Schön die Likes dalassen. Schön die Kommentare schreiben. Und vor allen Dingen auch den neuen Song. Den neuen Song pumpen. Outer Control. Auf allen Streaming-Plattformen. Jetzt gerade erhältlich. Geht rein. Streamt den Shit. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in die Reaction. Ich hoffe, ihr habt Bock. Let's go. Skü. Reakte den Maffaker. Wir werden in absehbarer Zeit weitere Bankenzusammenbrüche erleben, die irgendwann einen Domino-Effekt auslösen und zum Kollaps des gesamten Systems führen werden. Und dann wird man den Anlegern sagen, tut uns leid, die Banken sind pleite, das Geld ist weg. Aber wir können es ersetzen. Krypto-Money, wa? Digitale Zentralbank-Währung, Bro. Das hat er auch schon bei der Chrissy erzählt, glaube ich, ne? In Form von digitalem Zentralbank-Geld. Auf die Frage, warum unser Geldsystem am Ende steht, habe ich jetzt eine konkrete Antwort für Sie. Und zwar habe ich Ernst Wolf nochmal gebeten, dass wir den Auszug aus unserem gemeinsamen Live-Webinar mit über 11.000 Live-Teilnehmern mit unseren Zuschauern auch auf YouTube teilen. Und ich bin froh, dass er zugestimmt hat. Wir möchten euch nichts vorenthalten und deswegen nur eine der kompaktesten Form, die ich jemals sehen durfte. Die Erklärung und die haarscharfe Erklärung darauf, was derzeit passiert, warum unser aktuelles Fiat-Geldsystem am Ende steht. Und den Link zur kompletten Videoaufzeichnung, den findet ihr jetzt schon unten in der Videobeschreibung. Wer es also nicht abwarten kann und alles in voller Länge sehen will, der klickt gerne unter dieses Video zur Aufzeichnung. Ernst, nun bist du dran. It's your stage. Ernst, it didn't, man. Come on, let's go. Ja, danke Dominik. Hochinteressant, diese Einteilung der Welt in die verschiedenen Zyklen. Ich werde in meinem Beitrag jetzt auf das in meinen Augen zentrale Thema des aktuellen Zyklus eingehen, nämlich die Einführung eines neuen Geldsystems. Also diese Entwicklung spielt in den Medien ja kaum eine Rolle, schreitet aber im Hintergrund unaufhaltsam voran. Zurzeit arbeiten insgesamt 119 Regierungen und Zentralbanken daran, die insgesamt 95% der weltweiten Wirtschaftsleistung repräsentieren. Unterstützt werden sie von großen Organisationen wie WEF, dem IWF, dem WEF, der Weltbank und der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, CBDC, der BIZ, also der Zentralbank der Zentralbanken. Wir lernen hier wieder, meine Süßen. Ja, schön aufpassen. Es laufen außerdem länderübergreifende Projekte, wie zum Beispiel das Projekt Dunbar zwischen Australien, Singapur, Südafrika und Malaysia. Oder das Projekt Icebreaker zwischen Norwegen, Schweden und Israel. Oder das Projekt... Das sind alles Sachen, da bekommst du nichts von mit, ne? Wenn du nicht tief im... also wenn du nicht deep in der Recherche drin bist, so. Ich hab von diesen Projekten noch nie gehört, Freunde. ...sehler zwischen Israel, Hongkong und der BIZ. Israel und Hongkong? Fuck, bro. Sollten diese Währungen, diese digitalen Zentralbank-Währungen, Englisch Central Bank Digital Currencies, kurz CBDCs, sollten die tatsächlich eingeführt werden, dann, und das sieht alles danach aus, dann werden sie unser Leben von Grund auf verändern. Warum das so ist, will ich jetzt in fünf einzelnen Schritten genau erklären. Okay, ich bin gespannt, mein Jutztag. Erstens, warum muss dieses System auf Biegen und Brechen eingeführt werden? Zweitens, wie genau sieht das neue System aus? Drittens, warum erfordert seine Einführung drakonische und antidemokratische Maßnahmen? Viertens, was genau erwartet uns in... Was heißt eigentlich drakonisch? Muss ich zugeben, kenne ich das Wort, aber ich kann das nicht richtig zuordnen. Ist das so dramatisch, drastisch? ...direkt vor uns liegenden Zeit? Und fünftens, wie können wir uns vor dieser gefährlichen Entwicklung schützen? Beginnen wir mit Punkt 1. Ab nach Mexiko würde ich jetzt mal als Tipp raushauen. Warum muss dieses System unter allen Umständen eingeführt werden? Die kurze Antwort lautet, weil das bestehende System nicht zu retten und bereits in seine Entfernung... Sehr streng, hart in Bezug auf Strafen, Vorschriften. Ah, okay, kam oder? Danke dir. ...eingetreten ist. Dazu muss man Folgendes wissen. Das bestehende Geldsystem ist der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA aufgezwungen und rund um den US-Dollar aufgebaut worden. Der aber ist 1971 vom Gold entkoppelt worden, sodass wir es seitdem mit einem Geldsystem zu tun haben, das keine physische Basis mehr besitzt und in dem die Geldmenge daher beliebig vermehrt und das Geld auf diese Weise entwertet werden kann. Ist dann auch irgendwie kein Wunder, dass Amerika so eine krasse Machtposition hat, wenn das Geldsystem quasi um den Dollar drumherum aufgebaut wurde. Dann ist das schon natürlich eine super Position, von der aus du halt wirklich viele Dinge steuern kannst, auch in der Welt. Und das mit der Entkopplung vom Gold, auch eine krasse Geschichte, dass da kein Gegenwert mehr ist für das Geld, wo man sagen kann, okay, man darf nicht so viel Geld drucken, weil es gibt kein Gold mehr, dem wir dann dagegen halten können und dass man jetzt quasi so viel Geld drucken kann, wie man möchte. Aber so wie ich das verstanden und gehört habe, weil ich an der einen oder anderen Stelle auch schon mal mies recherchiert habe, ist, dass die Amerikaner dann auch selber gemerkt haben, wie das Geld dann damit entwertet wird und dann angefangen haben, das Geld an Öl zu koppeln und dann da wieder eine gewisse Wertigkeit in den Laden reinzubekommen. Stimmt das? Weiß das einer von euch im Chat? Irgendwie sowas habe ich mal gehört. Eine Feinunze Gold hat 1971 34 Dollar gekostet. Heute bekomme ich für 34 Dollar nur noch weniger als 2% einer Feinunze. Anders ausgedruckt, der Dollar hat seit 1971 gegenüber dem Gold 98% seiner Kaufkraft verloren. Okay, das ist krass. ...prozent seiner Kaufkraft verloren. Nach der Abkopplung des Dollars vom Gold folgte dann noch etwas für das Geldsystem ganz Wichtiges, nämlich so ab der Mitte der 1970er Jahre die Deregulierung. Das heißt, die Abschaffung aller möglicher, die bankeneinschränkenden Regeln und Gesetze. Diese Deregulierung führte dazu, dass immer neue Finanzprodukte auf den Markt geworfen wurden und dass vor allem der Bereich der Derivate explodierte. Bei den Derivaten handelt es sich um nichts. Klaus sagt gerade also, das Öl stützt den Dollar stark, aber ist nicht daran gekoppelt. Okay, ja, 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 ja. ...als Wetten. Wetten auf zukünftige Preise, Kurse oder Zinssätze. Zum Teil also höchst riskante Geldanlagen. Diese Risiken nahmen in den 1990er Jahren exponentiell zu und führten dazu, dass das System 1998 zum ersten Mal und in der Weltfinanzkrise von 2007, 2008 zum zweiten Mal ins Taumeln geriet. Diese zweite Krise war so... ...xSilverlight, seit gerade Video ist von mir, freut mich, dass ihr euch es anschaut. Ich küsse dein Herz, Bro. Danke auf jeden Fall für den Video-Vorschlag. ...dass die Zentralbanken einschreiten und das System stabilisieren mussten. Das haben sie bis 2015 getan, indem sie immer mehr Geld zu immer niedrigeren Zinssätzen ins System gepumpt haben. Dann haben sie versucht... Es ist halt nur eine Frage der Zeit, bis das System dann kollabiert. Das haben viele ja schon 2020 schon kommen sehen, quasi. Auf jeden Fall haben ja schon 2020 viele Leute uns darauf vorbereitet, dass sowas eventuell passieren könnte. Und das spitzt sich da natürlich auch immer zu. Das ist ja auch klar, dass sich das nicht mehr reguliert. Wenn du immer mehr Geld druckst und immer mehr Geld rauspumpst, dass es dann irgendwann an Wert verliert, ist ja nur eine Frage der Zeit, bis dann irgendwann die Hyperinflation kommt und dann Geld nichts mehr wert ist. Aber dieses jetzt mit der digitalen Kryptowährung, also mit der Zentralwährung, das ist eine Sache, die habe ich damals noch nicht von gehört. Da habe ich jetzt zum ersten Mal davon gehört, so vor ein paar Monaten ungefähr. Ist natürlich für die Regierungen und für die Banken eine super Situation. Wenn das Geldsystem einkracht, dann können die sagen, ja ey, aber wir haben hier eine neue Währung und wir können euch hier dieses Geld geben und dann einmal kurz das Bank- und das Geldsystem umgeswitcht und dann ist alles wieder gut in Anführungszeichen. So weißt du, ist schon crazy. den Kurs zu ändern. Zwischen 2015 und 2018 haben sie die Zinsen mehrmals angehoben und die Geldmenge verringert mit dem Ergebnis, dass die Aktienmärkte Ende 2018 den größten Einbruch seit 80 Jahren erlebt haben. Den größten Einbruch seit 80 Jahren? Crazy. Seit diesem Zeitpunkt steht ohne Wenn und Aber fest, das bestehende System kann auf Dauer nicht gerettet werden. Was also tun? Nun, diejenigen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, haben damals eine wichtige Entscheidung getroffen. Das System muss abgeschafft, ein neues System muss herbeigeschafft werden. Und es muss sie in die Lage versetzen, zentral die Geldmenge und die Zinssätze festzulegen. Und genau dieses System wird derzeit mit Hochdruck entwickelt. Und deshalb gleich zu Punkt 2. Wie sieht dieses System genau aus? Zunächst einmal wird es rein digital sein und erfordert daher, dass das Bargeld so weit wie möglich eingeschränkt, am besten ganz abgeschafft wird. Genau diesen Prozess erleben wir ja und zwar mit zunehmender Geschwindigkeit. Darüber hinaus wird es sich beim neuen Geldsystem um das erste jemals eingeführte Zwei-Klassen-Geld-System handeln. Es soll nämlich eine Wholesale-CBDC geben. Ah ja, für die ganzen Unternehmen und so und dann für uns Fußvolk noch eine andere. Und eine Retail-CBDC. Wholesale ist das englische Wort für Großhandel, CBDC das englische Wort für Einzelhandel. Die Wholesale-CBDC soll zwischen der Zentralbank und den großen Finanzunternehmen, also Sparkassen, Großbank. Mary sagt gerade, kein Bargeld hat hier in Amerika schon langsam angefangen. Ja, ein Amiland ist ja schon länger so, ne? Schon damals, wo die Amis stationiert waren in Deutschland, haben die immer mit Kreditkarte bezahlt, so. Das ist so ein Ami-Ding. Die haben nie Bargeld, die haben immer mit Kreditkarte bezahlt. Und so. Aber das wird auch immer mehr verbreitet. Aber auch aus Gründen, weil ich bin zum Beispiel, ich zahle auch immer mehr mit Karte einfach. Weil du halt am Handy mit zwei Klicks hast du die Karte und dann hältst du es aufs Gerät drauf, kontaktlos, bezahlen, boom. Ist halt einfacher so, ne? Ist halt eine einfachere Geschichte. Und ich glaube, viele Menschen sind ja auch bequem unterwegs, wollen einfach nur bequemer unterwegs sein. Und deswegen nutzen die das Thema halt so. Ich bin halt, ich bin, das wäre auf jeden Fall eine crazy Sache, wenn es kein Bargeld mehr gibt. Aber wie ich auch gestern zu Justine gesagt habe, ich bin mir sicher, dass diese ganzen Veränderungen natürlich als erstes in der westlichen Welt stattfinden werden. So Deutschland, Amerika, dies, das, bla. Ich glaube, hier in Mexiko wird es sich noch lange Zeit hinten rausziehen. So, weil hier in den Dritte-Welt-Ländern und in den Ländern, wo die Leute nicht so viel Geld haben, die haben teilweise gar kein elektronisches Gerät. Wie sollen die dann irgendeine Digitalwährung haben? Weißt du, was ich meine? So, deswegen glaube ich halt, dass in diesen Ländern und Kontinenten die Entwicklung am langsamsten vorangeht. Feiere ich. Wenn Hedgefonds und Rentenfonds gehandelt werden, die Retail-CBDC soll für einfache Bürger und kleine und mittlere Unternehmen gelten. So eine, allen Prinzipien der Demokratie widersprechende Aufteilung in zwei verschiedene Geldsysteme hat es in der gesamten Geschichte des Geldes noch nicht gegeben. Aber kommen wir zu den Einzelheiten. Das neue System sieht vor, dass jeder von uns nur noch ein einziges Konto besitzen soll, und zwar bei der Zentralbank. Den Geschäftsbanken soll die Kreditvergabe vollständig entzogen werden. Sie sollen nur noch als Makler, als Vermittler, Berater oder als eigenständige Player an den Finanzmärkten tätig sein. Das ist so crazy. Da hast du nur noch ein Konto. Und Verschwörungstheoretiker gehen ja davon aus, dass dann eventuell auch mit diesem sozialen Punktesystem gekoppelt wird, was es ja in China schon gibt. Und dann musst du halt aufpassen. Dann tanzt du da einmal aus der Reihe, dann wird dein Konto gesperrt und dann hast du keinen Zugriff mehr. Dann darfst du nicht mehr fliegen oder darfst dies nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr bezahlen. Krank. Ich schwöre dir, das ist krank. Das bedeutet, dass die Zentralbank über jede einzelne unserer Transaktionen Bescheid wissen wird. Dass sie uns individuelle Zins- und Steuersätze auferlegen und jederzeit Geld in Form von Abzügen einbehalten kann. Das neue Geld kann aber auch zum Beispiel zur Förderung bestimmter Wirtschaftszweige in einer Krise zweckgebunden ausgegeben oder an ein Ablaufdatum gebunden werden. Oder man kann uns zwingen, es zum Beispiel im Rahmen von an ein Ablaufdatum gebunden werden. Das ist auch crazy. Dein Geld kann ablaufen. Du musst es innerhalb von der und der Zeit verwenden, sonst ist abgelaufen. Dein Money ist abgelaufen. Darfst du nicht ganz nicht mehr. 15 Minuten Stätten nur noch in einem Umkreis von so und so vielen Kilometern auszugeben. Und das ist noch nicht alles. Man kann das Geld auch an ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild binden. Uns also zum Beispiel die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen das Recht auf Reisen oder den Kauf gewisser Waren verweigern. Natürlich alles Spekulationen, aber das ist halt dann einfach, sowas umzusetzen. Wenn du so ein Zentralbankkonto hast, wo du nur noch ein Konto haben darfst, dann sind halt diese ganzen Sachen einfach zu realisieren, wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle. An dieser Stelle sollten wir ganz bes... Genau an dieser Stelle. Hat er ja auch richtig verstanden, der Ernst. ...das hellhörig werden. Wir wissen ja alle, dass uns zur Zeit mit dem Untergang der Welt durch den Klimawandel gedroht wird und dass man unseren Planeten durch die Einsparung von CO2 retten will. Es ist also gut möglich, dass uns irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft ein CO2-Kontingent zugewiesen wird, nach dessen Überschreitung uns zum Beispiel Autofahrten oder Reisen per Flugzeug oder auch der Kauf bestimmter nicht klimaneutraler Waren verweigert wird. Kommen wir zu Punkt 3. Warum erfordert die Einführung eines neuen Systems drakonische und antidemokratische Maßnahmen? Aus einem ganz einfachen Grund. Das neue System bedeutet das Ende aller Finanziellen und damit auch das Ende aller sonstigen Freiheit und die Errichtung einer Diktatur, die wirkungsvoller sein wird als alles, was die Welt bisher gesehen hat. Aber genau dieses Ende aller Freiheit bringt es mit sich. Man hat uns doch schon langsam darauf vorbereitet, man. Corona, QR-Code scannen. Du darfst nur noch das machen, wenn du dies machst. Du darfst nur noch, wenn du geimpft bist, wenn du dies und bla und blub. Und Leute haben das mitgemacht. Du hast gesehen, gerade in der westlichen Welt und vor allen Dingen in Deutschland, wie die Leute bereit sind, wirklich alles aufzugeben, was Freiheit angeht, damit sie in der Gruppe teilnehmen dürfen. Und das ist halt einfach krank. Das hat mir gezeigt, wie Deutschland funktioniert und immer noch tickt so. Hat mir auch gezeigt, wie gewisse Dinge in der deutschen Geschichte damals überhaupt passieren konnten. Und ich bin mir sicher, dass in der Zukunft solche Sachen, die Szenarien, die Erde ausmacht, gerade in Deutschland super funktionieren werden. Und deswegen sehe ich mich und mein Leben in Zukunft auch nicht in Deutschland. Auch wenn ich Deutschland immer noch liebe und gerade auch meine Community und teilweise auch die Gesellschaft und meine Familie natürlich und so. Aber als ich gesehen habe, wie Deutschland immer noch funktioniert, habe ich einfach, ja, so ein bisschen den Glauben in das Land auch verloren. Dass man das neue System nicht einfach Schritt für Schritt innerhalb der parlamentarischen Demokratie einführen kann, sondern dass man zunächst einmal autoritäre Strukturen errichten muss. Bestes Beispiel dafür ist China. Dort hat die Kommunistische Partei in den zurückliegenden Jahren ein Zwangssystem mit Gesichtserkennung, Drohnenüberwachung und Sozialkreditsystem geschaffen, das jeden einzelnen Bürger zu 100% dem Staat unterwirft. Das ist krass, dass die das schon so heftig umgesetzt haben, ne? Ein Wunder also, dass China... Also ein China-Leben muss echt crazy sein. Die haben sich da wahrscheinlich schon dran gewöhnt, aber allein das wäre eigentlich mal eine Reise wert, um sich das mal reinzuziehen, wie Deutschland bald aussehen wird. Als bisher einziges Land der Welt etwa einem Fünftel seiner Bürger bereits ein Konto bei der Zentralbank aufgezwungen hat. Aber kommen wir zu Punkt 4. Mit welchen weiteren Maßnahmen müssen wir auch bei uns rechnen? Wie genau das System eingeführt wird, das lässt sich mit Sicherheit noch nicht voraussagen. Aber es zeichnen sich momentan zwei Möglichkeiten ab. Zum einen könnte man noch eine Zeit lang abwarten, bis wir aufgrund des Durchbruchs bei der künstlichen Intelligenz den ganz großen Einbruch am Arbeitsmarkt erleben und den Menschen das Geld dann statt als Hartz IV in Form des universellen Grundeinkommens auszahlen. Ich vermute allerdings, dass die Zeit dazu nicht mehr ausreichen wird, dass das bestehende System nicht mehr so lange durchhalten wird. Für mich haben deswegen die Zusammenbrüche der drei Banken in den USA, der Silvergate Bank, der Silicon Valley Bank und der Signature Bank, einen deutlichen Hinweis auf das gegeben, was... Alle fangen mit S an, Digga. Was ist denn da für... Bro. Bro. Da müssen wir mal mies recherchieren, was verbirgt sich hinter den Buchstaben S. Satan. Der Maniak. ...was uns möglicherweise erwartet. Dort hat man sich nämlich nicht an die Vorgaben der Einlagensicherung gehalten und die Banken bis 250.000 Dollar entschädigt, sondern unbegrenzt. Und man hat anschließend eine Diskussion gestartet, bei der Entschädigung von Kunden kollabierender Banken grundsätzlich keine Obergrenze mehr einzuhalten. Und diese Diskussion wird derzeit auch in der EU geführt, wo die Einlagensicherung bisher bei 100.000 Euro liegt. Was bedeutet das? Dass man sich plötzlich um uns sorgt? Dass man plötzlich sein Herz für Einleger und Anleger entdeckt hat? Ganz sicher nicht. Für mich heißt das, dass man den Menschen in höchst unsicheren Zeiten Sicherheit vermitteln will. Und zwar das Gefühl absoluter Sicherheit. Das kennen wir doch irgendwoher. Das hat ja auch funktioniert. Die Bankenzusammenbrüche sind erst wenige Wochen her und kein Mensch spricht mehr über Turbulenzen im Finanzsystem. Und das, obwohl die US-Zentralbank allein in der vergangenen Woche 144 Milliarden Dollar ausgeben musste, um taumelnde Banken über Wasser zu halten. Dieses ganze Rettungsgeld gibt es natürlich nicht. Es muss geschaffen werden. Und von wem? Von der Zentralbank. Also, meine Vermutung sieht folgendermaßen aus. Wir werden in absehbarer Zeit weitere Bankenzusammenbrüche erleben, die irgendwann einen Domino-Effekt auslösen und zum Kollaps des gesamten Systems führen werden. Und dann wird man den Anlegern sagen, tut uns leid, die Banken sind pleite, das Geld ist weg. Aber wir haben hier dieses neue Dinero. Ne? Funktioniert gut, ist digital, digital, dies, das, kein Bargeld, Papier mehr, Verschmutzung, so und so, Klima, bla. Das können wir dir geben. Als Entschädigung quasi. Und dann bist du wieder auf der sicheren Seite, dann hast du wieder Dinero am Start, alles cool. So jubeln die uns das drin. Hab ich mir auch schon gedacht, als ich, äh, ich meine, er hat ja ähnliche Dinge auch erzählt in dem Chrissy-Talk, aber nichtsdestotrotz hier ist nochmal ein bisschen ausführlicher. Finde ich ein sehr interessantes Video, feiere ich gerade die Reaction. Aber wir können es ersetzen, und zwar in Form von digitalem Zentralbankgeld. Es gibt zur Zeit eine ganze Reihe von Anzeichen dafür, dass ein solcher Plan im Hintergrund entwickelt wird. Und ich kann jedem nur empfehlen, nicht einer einzigen Bank zu trauen. Auch nicht den 30 Systemrelevanten, von denen ja gerade eine, nämlich die Schweizer Großbank Credit Suisse Schiffbruch erlitten hat. Glauben Sie nicht, dass Ihr Geld auf irgendeiner Bank sicher ist und bereiten Sie sich auf turbulente Zeiten vor, indem Sie sich, und damit kommen wir zu Punkt 5, rechtzeitig schützen. Dazu ganz pragmatisch, rechnen Sie noch in diesem Jahr mit weiteren schweren Verwerfungen im Finanzsystem. Noch in diesem Jahr, das ist wild. Die gewaltigen Summen, die zu seiner Erhaltung hineingepumpt wurden, werden die Inflation weiter vorantreiben und ihr Geld weiter entwerten. Selbst wenn es in einigen Bereichen aufgrund... Was kann man halt schon groß machen? Weißt du, wie ich meine? Was kann man halt schon groß machen? Wenn die das durchziehen wollen, dann ziehen die das durch. Und wenn die uns enteignen wollen und solche Geschichten, dann bringt es auch nicht, sich irgendwelche Sachwerte so reinzuziehen, jetzt irgendwelche Häuser oder so, weißt du? Weil das ja am Ende sowieso auch eigentlich dem Staat gehört und der, die das wegnehmen könnte auf jeden Fall. Deswegen ist immer die Frage so, wie will man sich wirklich darauf vorbereiten? So. Eigentlich ist langsam Zeit für das Laufdorf, meine lieben Freunde. Uns mal einen Spot rauszusuchen und dann anzufangen, Getreide anzukflanzen und Ernährung und diese ganzen Geschichten, dass man autark leben kann. Das ist so für mich, glaube ich, Maximumlevel an sich darauf vorbereiten. Wirtschaftliche Einbrüche zu einer Deflation kommen sollte. Der generelle Trend heißt Inflation, also Verlust der Kaufkraft des Geldes. Und das kann nur eines bedeuten, ab in die Sachwerte. Nicht zusehen, wie das Geld langsam seinen Wert verliert, sondern handeln und in Dinge investieren, die ihren Wert behalten. Und da gibt es seit Jahrhunderten eine sichere Bank, die Edelmetalle. Die werden übrigens in meinen Augen in absehbarer Zeit in aller Munde sein. Krass, okay, ja, 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 ja. Aber deshalb Edelmetalle den man hat, ja. Weil das neue Geldsystem eine herausragende Eigenschaft besitzt, über die ich bis jetzt noch nicht geredet habe. Es wird nämlich auf Dauer nicht funktionieren. Digitales Zentralbankgeld ist eine Täuschung, denn es ist in Wirklichkeit gar kein Geld, sondern nichts als eine Sammlung von Datensätzen Einsen und Nullen, Bro. Aber das aktuelle Geld, was wir haben, ist im Endeffekt auch kein Geld mehr, weil es an nichts gekoppelt ist so. Es ist gedrucktes Papier, Bro. Die haben uns halt eingeredet, dass es was wert ist und deswegen behandeln wir ihn so, als ob es Wert hat. Aber eigentlich hat das auch keinen Wert mehr. Denen ein bestimmter Wert zugemessen wird. Das hat es übrigens mit den Kryptowährungen gemein, die ja auch von sehr vielen Leuten falsch eingeschätzt und als eine Art Rettungsanker betrachtet werden. Das aber sind sie garantiert nicht. Kryptowährungen sind reine Spekulationsobjekte und sind entgegen der vermeintlich rebellischen Einstellung vieler ihrer Anhänger absolut systemkonform. Sie haben dem System in den vergangenen 15 Jahren sogar einen unschätzbaren Dienst geleistet, indem sie einerseits für viel Verwirrung gesorgt, andererseits aber gleichzeitig wie keine andere Kraft zur Verdrängung des Bargeldes beigetragen haben. Als Vermögensabsicherung taugen Kryptowährungen daher nicht. Natürlich konnte und kann man möglicherweise sogar noch eine Zeit lang mit ihnen Geld machen so. Auf jeden Fall. aufgrund von Schwankungen Gewinne einfahren. Aber ihre Hochzeit, die geht zu Ende. Wir stehen nämlich kurz vor der Einführung von Quantencomputern, die in der Lage sein werden, jeden Code der Welt zu knacken und die die irrige Annahme, dass zum Beispiel Bitcoins nicht gehackt werden können, schnell ad absurdum führen werden. Dieses ganze KI und AI Thema, das ist auch so eine heftige Geschichte, wie das schon so Einzug genommen hat, auch in ganz viele Lebensbereiche, Arbeitswelt etc. Das ist jetzt schon so ein Thema, wenn du dich damit nicht beschäftigst, bist du weit hinten dran. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann so eine Supercomputer gibt, die alles für dich hacken und knacken können. Was die heutzutage schon alles tun können, das ist heftig. Ich bin so dankbar und froh, dass ich hier in Mexiko gerade bin, dass ich noch so ein Naturleben leben kann, barfuß den ganzen Tag draußen rumlaufen, am Meer bin, mit Füßen ins Sand rein, mit Tieren beobachten und solche Geschichten und so. Wer weiß, wie lange das alles noch möglich ist, Bro. Ich wüsste. Was aber wird geschehen, falls man das neue System tatsächlich einführt und es aufgrund seiner Fehlkonzeption schon bald ins Wanken gerät und nur noch mit immer drastischeren Maßnahmen gegen den Willen der Bevölkerung aufrecht erhalten werden kann. Was, wenn es zu sozialen Unruhen kommt? Ich glaube, man muss nicht als Tio, es ist zu spät, der Fortschritt lässt sich nicht mehr aufhalten. Ja, safe, aber sagt niemals nie, Gott ist groß. Wenn Gott möchte, dann wird er alles aufhalten können. Da gibt einem eine Naturkatastrophe, die 90% der Menschheit auslöscht und dann ist das ganze Thema auch vorbei. Und es sind Dinge, die sich vielleicht utopisch anhören, aber die sind in der Geschichte der Erde auf jeden Fall schon mal passiert, dass ein Großteil der Lebewesen auf der Erde ausradiert wurden wegen irgendeiner heftigen Naturkatastrophe. Das kann natürlich passieren. Aber generell würde ich dir recht geben, wenn wir hier alle bleiben und so. Dieser Fortschritt ist schon extrem und den kannst du nicht so einfach auf. Das kann nur noch Gott regeln. Fantasie besitzen, um darauf zu kommen, dass dann eine riesige Gegenbewegung gegen elektronisches Geld zu erwarten ist und die Menschen sich wieder auf physische Werte, insbesondere die Edelmetalle und damit auf einen Satz besinnen werden, den JP Morgan, der wohl mächtigste Banker aller Zeiten einmal gesagt hat, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Soweit also meine Analyse und meine Tipps und Vorschläge zu diesem Thema und jetzt wieder zu dir, Dominik und deinen Vorschlägen und Tipps für die Zukunft. Falls ihr den gesamten Zusammenhang dieses Live-Vortrags seht, ich küsse doch dein Herz mal, Jutz, Alter. Sehr geiler Vortrag, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Liebe Grüße gehen raus an Kentner Edelmetalle und natürlich auch an Ernst Wolf. Bester Mann. Danke für die schöne Zusammenfassung. Dankeschön für die Infos, die du auch hier wieder rübergegeben hast. Ich bin froh, dass ich das mit meiner Community hier teilen kann. Sehr starker Content. Liebe geht raus. Love. Love. An alle bei YouTube, ich liebe euch. Macht's gut. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich hab hier im Chat schon gelesen, dass einige, was Kryptowährung und Bitcoin etc. angeht, ein bisschen anderer Meinung sind. Ich kenn mich bei dem Thema nicht so heftig aus, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen, aber gerne eure Gedanken unten in die Kommentare rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich liebe euch. Macht's gut. Peace out.